da könnte man manchmal denken die sind unlogisch so und jetzt sind wir wieder beim nächsten teil beim letzten teil habe ich ja nicht angesagt jetzt sind wir bei dem letzten teil denke ich mal und zwar teil 3 das video hat drei teile nächste haltestelle waren hochmarktscheid was und tiefe machen sich auch noch ein bild für das lp was haben wir damit im bahnhof gemacht ich hab 0,3 können wir mal gucken also die lichter hier gehen ja schon steht schon mal fest nein die arme uhr voll unlogisch die uhr funktioniert voll ungekippt aber funktioniert ja gesperrt wir dürfen jetzt schneller als 70 fahren also noch mehr noch schneller als 70 also höchsten 80 90 100 oder so aber der bus schafft ja nur ca 82 oder so wo muss ich denn lang ich weiß ja nicht nächste haltestelle also königshöhe hier zack denn hier über leidstraßen das ist mega ich will keine mit und weiter geht's 50 km h was heißt genau 50 fahren nächste haltestelle im elend man kann ja nicht wissen so jetzt haben wir 50 weil wir jetzt wieder in den dorf trenzend mit den wagen auf polizei gegen die kauf na süß na süß na süß na süß ohne ampel wie ich das liebe ist nicht sehr froh wenn es kannst du auch mal stehen bleiben jaaa aber wenn du die spätung hast will sie schneller haben dann kannst du feiern Naja, nach Hause vielleicht nicht, aber an der Endhaltestelle ankommen. So, jetzt dürfen wir wieder heißen. Wie sagt der Walprenz, rechts ist ganz gut, halt nicht in der Wechsel. Schon wieder? Okay. Da wird jemand mit. Oh, schöne Frau. Ja, warte oben. Keine Fahrkarte, und weiter geht's. Gleich kommt die Oma. Habe ich überhaupt ne Oma drinne? Bestimmt. Nächste Haltestelle? Keine Ahnung. Putzenlau. Können wir jetzt sehen. Einmal von außen. Ne, ich habe keine Oma drin. Ich habe auch keine Oma drin, die ist rausgegangen, weil ich halt gebraut habe. Einmal stopp. Eine Minute zu früh. Ich höre einen Bus. Wo ich die Map als erstes bekommen habe, habe ich genau hier im Multiplayer total einen Unfall gebaut mit einem Bus. Weil ich natürlich nicht fahren konnte und weil es rutschig war. Ich höre den Bus nicht mehr. Oh, was haben wir hier raus? Ja, wir fahren leider zum ersten Mal die 811, sonst wäre auch bei mir kein Unfall basiert, weil ich mit der 23 immer jedes Mal hin und zurück fahre. Ja, die 23 ist deine Lieblingslinie. Genau, das ist meine Lieblingslinie. So wie die FBA 90 bei Kraftwerkverdorf. Dichte. Jetzt ist ja schon wieder der Bus. Ist doch hier irgendwo. Jetzt nicht mehr. Wenn wir ärgern. Oh, und rum mit uns. Da sind Windmühlenräder. Egal. Flitzer, falls ihr das gefilmt habt. Das geht nur bei A und D, aber so jetzt als, ja, wenn man nur so fährt, geht das halt nämlich. Oh. Was könnt ihr denken, wo wir gerade sind? Genau, bei Amazon. Amazon. Straße. Rabenschlag. Nächste Haltestelle. Rabenschlag. Da ist der Bus. 811. Ja, der fängt gleich immer vor, der scheiß Peggy. An dem wir jedes Mal so wieder Amazon. Straße. So ist es. Komm, wir schnell. Komm, Bus. Hier kann man einkaufen, also bestellen. Hier kann man einkaufen, also bestellen. Wenn ich mal. So. Einmal links abbiegen. Wie immer. Hab ich recht? Ja. Guten Tag. Nächste Haltestelle. Amazonstraße. Wir sind leider jetzt erst an der Amazonstraße, was sehr, 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 sehr traurig ist. Ich bin an der Anhaltestelle. Fortier. Oh, cool. Gleiches Ziel. Zwei Fortier. Nehmen wir zwei. Das ist der gleiche. Nächste Fahrer. Nächste Fahrer. Noch recht. Natürlich wird jetzt die Ampel rot. Ja, zunächst wie gestern das Grossen, was sie angesagt haben, die Bahn von Frankfurt mit der Linie U 8. Da bin ich ja gefahren. Es sollte einen großen Update kommen für die Linie U5 von der Bahnhof nach Hansenheim. Ich hoffe, dass die als KI-Fahrer auch hier fahren können. Wenn ja, das würde mich daran freuen. Kommt auch mal die Träger nach. Also mit der Linie U5, wenn sie kommt. Kennzeichen Kleve, Name S und Nummer 7. Also es hat die S7. Bist in der S-Bahn? Transporter vor mir. Das ist der S7. Cool. Beste. Ja, noch zwei. Halt die Schilder, dann sehen wir am Ende dieses Video. Ja. Und ja. Ciao, und ich bin am Ende der Welt. Was war das? Weil man flackert hat. Dann gucken wir, was das nächste Mal kommt. Ja. Oh, jetzt weiß ich, wo der Bus ist. Der ist vor mir. Dann werden wir etwas nach vorne gehen gucken, welcher das ist. Oh. Werden meine ganzen Fahrgäste weg. Kann man nicht so für Früh umhabe. Oh. Oh. Ja, dann sei ich pünktlich. Warum früh? Es ist dunkel bei mir. Oder gucke ich gerade verkehrt. Nee. Ach, da ist Amazon. Nächste Haltestelle. Fachmarktzentrum. Oh. Was? Ja. Ich hab natürlich rot, wie immer. Und der scheiß KI hat grün. Ist auch voll gerecht. Oh, ich hab doch wieder grün. Oh, ging ganz schnell. Du musst fahren. KI. C2. Falls ihr wieder von Amerika ist, Fachsimilar war, was jedenfalls. Das hätte ich leider nicht mehr. Und letztens sehen. So, als Lücken vielleicht. Äh. Vielleicht in der NRW. Lukas jetzt macht. Glaub ich. Hab ich schon mal. Hat er auch gemacht. Also, da könnt ihr auf den Kanal mal gucken. Und ihn auch abonnieren. So, genau. Oh, oh, oh. So. Guten Abend. Guten Morgen. So. Ja, wir kommen langsam zur Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin jetzt. Wenn ja, gebt mal einen Daumen hoch. Schreibt unten in diesem Video einen Kommentar. Ich wünsche euch Spaß. Abonniert mir die neue Linke. Mein Kanal umsuchen. Stefan übergelb. Das ist die Ansage. Bitte zuhören. Genau. Versuchen euch bei Facebook Handpage oder Alexander Letzt. Ja, wie immer. Alles unter. Nie mindestens im Video. Ich sag nummer, tschüss, bis? Bis zum nächsten Mal. Euer Alexander Letzt. Ade, die this war unsere wire. Johannsenstraße. Ja, natürlich sind wir so spät dass die... Und hier hat er den Sacker Curve. Nächste Haltestelle, Marktscheider Straße. Entweder bin ich blöd oder es stand links drauf. Jetzt muss ich die rechte Spur wechseln, was ist das für eine Logik? Oh, da kommt der KI wieder angefahren. Oh, da kommt der KI. Oh, wie langsam der fährt, wie so ein Affen. Oh, oh, sorry, ist ein Affen. Siehst du, der Donner da? Der LP. Ne, LP? Oh, noch zwei Haltestellen. Plus die letzte Haltestelle bis zwei. Den Vagen. Nächste Haltestelle, Stadtpark. Ich bin ein Affen. Ja. Ja, liebe Leute, ihr könnt auch... Wir brauchen ja auch... ...weil bei den Kanal. Er ist. Äh, links war das. Rechts? Links. Kraft. Okay, deren auf dem Markt sagt er anscheinend nicht mehr an. Achso, ich hab gar kein Grün. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn das nicht ansagt. Oder sagt er gleich... Ach, keine Ahnung. Ah ja, gleich. Ja, ich glaub, er ist wohl hier. Sieht sehr gemalt aus. Sehr schön. Oh. Ich hätte doch stehen bleiben sollen. Jetzt hab ich einen Unfall gebaut. Ah, blinken nicht so viel. Nächster Halt ist mit dem. Deren Hosen? Markt. Enthalte Stelle. Terminal Stopp. Dieser Bus endet hier. Bitte aussteigen. Jo, das hab ich selber gemacht. Ich hatte voll lange Welle, deswegen hab ich das gemacht. Deren Hosen. Deren Hosen. Deren Hosen. Deren Hosen. Oh, schon schon viel soweit. Deren Hosen. Markt. Enthalte Stelle. Terminal Stopp. Deren Hosen. 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 Can we smile? die Schupe Elektrik Verbraucher aktiv keine Ahnung welcher Verbraucher ist das hier also lassen keine Ahnung welcher Verbraucher, vielleicht meint der sich auch selber auf jeden Fall sind wir jetzt am Ende des Let's Plays das habe ich ja schon gesagt und lasst einen Daumen hoch, lasst einen Kommentar da und besucht mich auf Facebook oder abonniert mich das wäre nicht, aua das wäre sehr nett und es wäre sehr schön und es wäre sehr, ne habe ich ja schon gesagt Nein, okay, äh, ja Tschüss Auto Pause Ja, das war's Bis zum nächsten Mal Euer NRW Lukas